Musik Ihr könnt mit einem Euro bewirken, dass dort Schulen gebaut werden. Und ich als Textschreiber habe mich gefragt, was bedeutet das überhaupt, dort zu leben? Was bedeutet es, hier zu leben? Hört euch den Song an, wir machen noch einen kurzen Soundcheck und dann geht's los. Musik 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 Wir können was bewegen, wenn wir uns zusammensetzen Und so viel zusammenlehen, wenn wir einander schätzen Und wer weiß, vielleicht können wir diese Wette gewinnen Und wenn ich, dann geht es glücklich lächelnden Kind Wir können was bewegen Was ein Euro in dieser Welt schon bewegen kann Dort wo die Sonne scheint, entstehen so langen Tagen Sie werden gebaut von den Leuten, die ohne Arbeit waren Und wenn der Rieb fehlt, dann helfen Brunmäuter Sie gehen sorgsam damit um und darum hat keiner Den Kinder zu tun und hat ihn aufgeklärt Der Waffenhändler fangt zusammen, denn er verkauft nichts mehr Dies ist eine Mädchen, sie hat im Buch geschrieben So hat die Frauen ihre Heimat endlich viel bewiesen Das alles war nur möglich, weil du mit dem Pass Dieser Euro vergeht, da so viel Leben schon Die Menschen treiben auch noch vor, als dann das Gute gewinnt Glaubst du, guten Dank, deine Lippe, neue Schuld gewaucht Was nimmt die Zukunft wohl aus, wenn wird das Baby hier Was erzählen wir unseren Kindern, was bewegen wir Euer Projekt hat mich fasziniert, es ist so leicht zu helfen Nur um Leben, weil er nicht so viel aus diesen tollen Welten Wir können uns bewegen Wir können uns bewegen Wir können uns bewegen Das ist so weit, die Gitarre Das ist so weit, die Gitarre Und an der Beatbox, Nelly. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.